Hallo? Wie? Wir müssen noch einen Aufgang bauen, beeil dich mal! Können auch Leitern nutzen, aber nein. Das ist scheiße für so'n kleinen Tempelchen-Gedönskack. Das muss ja aber auch eigentlich mittig sein. Ach Gottchen. Oha! 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 Ja, jetzt sind da natürlich alle, ne? Alle, die mit der Mühle. Was? Ja, Captain. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Da, 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 da. Wo gibt's die Tore eigentlich? Jetzt mal ohne Witz. Wo bekommt man die her? Kann ich die eigentlich hier finden? Tore. Find ich die hier auf Wiki? Nein! Doch. Einrichtung zw... W- 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 Was? Minderbeer? Was? Was? Wo? Achso. W- So eine unnötige. N- W- Torey-Gate. Ich hab einen Brief gekriegt. Ähm. Ja. Ach, keine Ahnung. Ihe. Nook Inc. Hä? Hä? Wie schön, dass unsere Insulander an der Krippengymnastik teilnehmen. Ja, ja. Ich hab dafür was gekriegt. Das ist ja toll. Und Hauke, altes Haus, was ist mit dir? Du schickst mir die ganze Zeit Briefe. Was haben wir jetzt da gekriegt? Einen Turnanzug. Ernsthaft? Oh, der ist sogar hübsch. Okay, wie gut. Oh, stotter doch nicht rum. Was ist hier? Tolle Insel, hast dir viel Mühe hergegeben. Ach so. Dankeschön, Grudon. Da hat er noch was verfasst. Ja, moin. Danke, danke. So. Schau mal hier. Welcome to the Terminal. Also hier dann wohl die Nook Phone App, ne, Grudon? Ich gucke mal Nookumal allein lösen. Nee, ich brauche immer noch die Scheißsteinmauer. Feldsteinmauer, oder? Hier ist es ganz genau, glaube ich. Na ja, gut. Lassen Sie sehen, was existiert hier. Oh mein Gott, und ich rede noch davon. Oh mein Gott, da ist es. What the fuck? Wie geil. Das ist nicht dein Ernst. Das ist genau das, was ich... Was? Wie viel Glück muss man denn haben? Nicht dein Scheiß Ernst. Nee, wie geil. Scheiße, wie gut. Slack Cave. What? Noch ein neues Lied. Nee, wie gut. Wie passend. Ja, voll geil. Ja, dann hat es sich erledigt. Jetzt habe ich sie. Nee. Nee. Wie viel Glück. Als ob. Und dann auch so schön alt. Noch so im alten Holz. Wie geil. Leute, wie geil. Jetzt habe ich die, wenn die also auch jemand von euch mal braucht oder so. Aber 20.000 ist ordentlich, aber ist mir so egal. Die habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt. Boah, wie geil. Wer hätte das gedacht? Das nenne ich einen glücklichen Zufall. Ähm, yes, Sir. Ähm. Hä? Voll gut. Äh, okay. Was, äh... Okay, für so einen kleinen Tempelgedönskack brauche ich wirklich die Steintreppe, würde ich mal sagen, ja. Das hat mehr Sinn. Das hat viel mehr Sinn. Viel gut. Viel gut. Tore. Tore. Geil. Hihi. Aha. Ja, gut. Yes. Yes. Kann man bestimmt auch umdesignen. Ist ja selbstverständlich mit Sicherheit. Oh, wie geil. Ah, schön. Mal sehen, ob ich dann auch mehr brauche oder so. Also für Bambuswald jetzt auf jeden Fall. Dann kommt das jetzt auch erstmal weg. Ähm. Ja, mal sehen, mal sehen. Theoretisch könnte man auch hier einsetzen oder hier oder so. Ich weiß nicht genau. Ich will es ja auch nicht übertreiben, aber Tore, Tore sind richtig toll. So, jetzt muss ich mal schauen. Hier, ne, dann eigentlich die Stehendröbel. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen. So, du geiler Baum. Danke. Deine Dienste sind erledigt. Huch. Dann habe ich eine bessere Übersicht. Mal kurz gucken. Guck mal, schon nice hier mit den zwei Treppen jetzt. Das ist schon ganz cool. Inseldesigner sofort. Ja, let's go. Das ist halt schon die höchste Ebene. Schade. Ich würde da gerne noch eine Ebene hochziehen, ne? Oh, Feline. Äh. So, lass mal sehen. Feline, du sitzt eigentlich gerade hart im Weg. Das ist nicht groß. Man muss, man muss bedenken, da kommen noch Zäune hin. So, scheiße. Ich würde mal so machen. Auch fast, ne? Knappe Kiste hier. Hier geht ja nicht, leider. Dann mache ich mal so. Nein. Nein. Lol. Ich kann das eh nicht mit dich setzen hier. Hä? Was ist das denn? Ach, so eine Scheiße. Das ist natürlich... Das ist ja fantastisch. Ja, aber so. Ja, ja, ja. Steintreppe. Ja, ja, ja. Tausendmal besser. Auf jeden Fall. Oh Gott. Oh, Mann, 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 Mann. Ich könnte es exactly mit dem machen, wenn ich es nach rechts ziehen könnte. Was ich nicht kann. Oder müsste ich... Ach, du Scheiße. Oh, oh, wir haben ein Problem. Oh, warte, 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 warte. Aha. Machen wir doch einfach so. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. Hm. Ist zwar blöd, wenn ich es hier abreißen muss, eigentlich. Aber dann hätte es die exakten parallele Maße. Das ist eine Idee. Aber dann ist der Scheiß natürlich noch kleiner. Alles klar. Puh. Ja, schwierig. Da passt nicht viel hin. Das sind zwei. Das heißt, nicht mal das ist mittig. Oh Gott, ist das ein Scheiß. Hm. Oh, oh. Wir machen erst mal hier die Straße jetzt auch fertig. Das mache ich jetzt. So, pass auf. Was ist das? Damit das endlich mal nach was aussieht. Ja. Nach unten. Äh, wow. Kamera, what the fuck. So. Okay. Aha. Oh ja, hier auch. Es nähert sich alles dem Ende entgegen. Wann diese Kamera, Mann. Die fährt halt von alleine gerade, ne? Was soll denn der Scheiß? Hier auch. Hier auch. Hier auch. Hier ist, äh, ja. Hier so. Warum hier übrigens Stein ist, damit es unten auf der Map angezeigt wird. Ne? Dieser, dieser graue Bereich oder was? Sind ja die Wege. Wenn ihr aber nur Designs quasi hinklatscht, wird es unten nicht angezeigt. Und zur Orientierung, dass man einfach auf der Map so die Straßen so sieht, habe ich zuerst einfach tatsächlich den Steinweg angelegt, dass man es einfach auf der Map sieht. Und natürlich jetzt auch so ein bisschen zur Orientierung beim Designen. Auch natürlich praktisch gleichzeitig, klar. So, und dann nehme ich hier. Ja, normalerweise müsste ich jetzt bei jedem wieder... Das mache ich vorerst nicht. Das geht schon. Stimmt, hier ist ja dann zu. Aber ich muss ja gucken, dass dann da ein Zaun ist oder so ein Scheiß. Ich höre im Alon. Ja, so bin ich aber jetzt weg. Also dann viel Spaß noch. Chris, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Schön, dass du da warst. Und, ähm, schön, dass du auf der Insel warst. Auch für dort ist viel Spaß. Und dann bist du nächstes Mal. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Scheiße. Das war falsch. So, einmal hier noch. Bin ja kein Freund von so engen Häusern so. Aber naja. Es ging halt einfach nicht anders. So, das wäre das. Oh, das ist direkt hier. Das ist ja wunderbar. Hä? Ja. Oh, gerade noch. Und was haben wir da Tolles? Ja, okay. Okay. Weiter geht's. Mit der normalen Straße nicht rissig. Hier in diesem Viertel ganz sicherlich nicht. So. Das sind echt so die letzten Sachen so allmählich. Meine Insel ist dann so gut wie fertig. Dann eben nur noch so ein bisschen Detailarbeit mit Bäumen, Pflanzen, Blumen, Pflanzen. Aber an sich ist halt dann jetzt langsam das Grundgerüst und Konzept fertig. Yay. Die letzten Schritte einfach mal. Im Stream finde ich toll. Sehr schön. Jetzt natürlich noch die Ecken und alles. Ich weiß nicht. Ganz klar. Nein. Oh Gott. Genau da in die Lücke rein ist ich supergeil. Nicht so? Hier? Nein. Ja gut. Hier eh nicht, ne? Was? Die da, ne? Perfekt. Ich hasse es, wenn es ruckelt im Stream. So sorry. Aha. Aha. Achso. Nein, 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 nein. Cool. Dann, nein. Hier? Ah, hier? Okay, ich bin gespannt. Jetzt wird es auch langsam Zeit für Kanaldeckel, die man sich, glaube ich, auch bei Nugmalen ziehen kann. Ich glaube. Da war das. Hier fehlt natürlich noch der schöne Weg. Hallo, Knutkartoffel. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Na, wir kommen bei Animal Crossing. Auf meiner Yamohana 2.0 Insel. Ich bin hier ganz fleißig am Designen. Ganz heftig fleißig. So. Okay. Ich bin nicht zu spät. Was ist hier passiert? Wie jetzt? Ja, bist du nicht? Bist du noch rechtzeitig da? Wir spielen noch eine Weile weiter. Wie gesagt, ich bin hier fett am Inseldesign. Kann ich dir gleich ein bisschen zeigen. So, einmal. Genau. Mache ich gerade erst mal ein paar Straßen. Und ja. Gleich den Rest. Warte. Die Frage ist halt jetzt hier. Wie sind hier die Wege gleich? Oh mein Gott. Achso. Achso. Das ist ja noch richtig. Mache ich mal so. Das bedeutet, hier endet es. Okay. Finde ich das hübsch? Eigentlich nicht. Aber es lässt sich, glaube ich, nicht ändern. Dann ist hier halt der Zaun. Wir haben nicht viel von diesem Holzpfad. Das ist ja scheiße jetzt. Wie? Das ist nicht so gut. Wie sieht denn das so aus? Ja. Boah, lol. Das ist viel zu eng. Das geht so nicht. Guck mal. Das sieht halt auch kacke aus, so. Ja, gut. Aha. Wenn es hier plötzlich aufhört, sieht es auch blöd aus irgendwie. Scheiße. Kann ich was... Mist. Mist. Ich dachte es mir fast schon, ne? Was ist, wenn ich hier einfach nur... Das sieht auch sehr seltsam aus, wenn es einfach nur so offen bleibt, glaube ich. Warum ist denn hier alles so eng, ey? Schade eigentlich, oder? Verdammt. Verdammt. Oh, Mann, oh. Miese Sache. Ganz miese Sache. So. Hier kommt ja doch mein Zen-Garten hin, ne? Ja. Verdammt. Manu, ich wollte das so haben. Oder sollen wir das so lassen? Dass das so offen ist? Dass das so überläuft? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass ich Straßenlaterne brauche. Und was ist hier eigentlich? Was ist... Warum ist hier frei? Was ist das? Ich könnte jetzt wirklich so richtig hässlich städtisch machen. Das richtig zukleistern, indem ich hier nochmal Tier mache. Also, ja, richtig. Geht ja auch nicht unbedingt, ne? Wenn du hier sagst, äh... Ja, lol. Ja, hier kannst du eh nicht die sein. Ja gut, dann nee. Dies passt schon so? Hm, problematisch. Oder ich schließe die Straße da ab. Oh Mann, oh Mann. Leute, das ist nicht einfach hier. Was soll das? Mann, das ärgert mich hart. Das zu versetzen ist jetzt zu spät. Und sind viel zu sehr Unkosten. Alles eins nach rechts zu versetzen. Oh Gott. Ja, ist auch blöd. Weiter. Mist. Mist, 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 Mist. Oh, mein Holzpfad geht unter. Oh, Mann. Ja, was machen wir da? Was haben wir das so lassen? Weil eigentlich müsste ich so zuschließen, weißt du? Und dann ist nichts mehr vom Holzsteg übrig. Gar nichts mehr einfach. Nur hier und... Wow. Eigentlich müsste ich so zuschließen. Verdammt. Oh, lol. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut.